so weiter geht's 3 und wieder zwei renner Untertitelung des ZDF, 2020 So, schöner Vorsitzender und dran sind wir in den Top 3. Und ab in Führung. So, gleich sind wir zur Runde, dann haben wir schon geschafft heute. Gut, dass wir dieses Rang einrennen wir ja auch noch. Bleib in Führung, letzte Runde. Gut, dass wir das Runde, dann können wir das Runde, dann können wir das Runde. Gut, dass wir das Runde, dann können wir das Runde, dann können wir das Runde. Gut, dass wir das Runde, dann können wir das Runde, dann können wir das Runde. Gut, dass wir das Runde, dann können wir das Runde. Gut, dass wir das Runde. und dann sind wir schon durch jetzt rennt schon wieder so sprint rennen oh ja tatsächlich 6,7 kilometer ok ja gut wenn ich sonst wahrscheinlich gleich wie eben es geht in die alles entscheidende letzte runde was denkst du gerade ich glaube das rennen geht nicht los so von 2 und 3 gehen wir das rennen versuch deine gute form beizubehalten viel glück ja ja das ist ja das rennen das ist ja meinst mhm der mark hat sich vorbeilassen oder sie so die erste Vögel haben wir so 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 nein das ist es halt ne wundere dich nicht wenn du dafür attackiert wirst hey bleib lieber auf abstand damit sich die die karre weg die Frage ist warum aber scheinbar liegt es an diesem fluch vor diesem rennen so 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 P4 genau die 2,4 die wir mit 10 geholt haben verloren wieder vorsicht du hast dieses auto einmal zu oft gerammt so 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 für kurz sein. Also es sind eh nicht lange, alle nicht so lange Rennen, ne? Doch hier vier Rennen. Vier Rennen, ja doch. Aber dann können wir uns mit dem Tummy-Tag hier machen. So, schauen wir uns morgen an.